Hallo und herzlich willkommen zu Brettspielnews spielt. Wir haben uns heute Stadio Valley auf den Tisch gepackt und wenn ich sage wir, dann meine ich den lieben Thomas, der heute mit dabei ist. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo. Ja, freut mich heute, dass wir über dieses schon weltbekannte Videospiel, kann man sagen, sprechen, das jetzt eine Brettspielumsetzung erhalten hat, die im Februar wohl erschienen ist, bisher als englische Version und über dieses Spiel wollen wir heute mal ein bisschen genauer sprechen. Bevor wir uns jetzt einmal dem Brettspiel widmen, wollen wir vielleicht mal kurz über das Videospiel sprechen, was ja die Basis für dieses Spiel überhaupt ist. Also Stadio Valley ist so übersetzt, Stern, Tau, Tal, könnte man es übersetzen. Und hast du das Videospiel auch gespielt, Thomas? Ja, schmale 50 Stunden lang. Also ich habe tatsächlich schon einiges an Zeit investiert in dieses Spiel, ja, tatsächlich. Wunderbar. Und dann hast du dich dann hinterher auch dazu entschlossen, das Brettspiel dir anzuschaffen? Nee. Als das Spiel 2021 im Frühjahr angekündigt wurde. Ich bin ja ein Mensch, der sehr, sehr viel Brettspiele auch recherchiert, unendlich viele Videos und so guckt. Und dann bin ich darüber gestolpert, wo dann hieß, jetzt Stadio Valley Brettspiel, aber erstmal nur Vertrieb in den USA. Das sollte ja nicht erstmal nach Deutschland kommen, so erste Auflage. Und dann habe ich schon, ja, eigentlich nicht wirklich überlegt, aber ich habe schon gedacht, oh, das sieht schon so schön aus. Das musst du irgendwie haben jetzt. Und dann bin ich halt jemand, der sich bei Ebay Kleinanzeigen direkt so einen Reminder da setzt, falls das irgendjemand reinstellt. Aber das war ja dann tatsächlich innerhalb sehr kurzer Zeit ausverkauft in den USA. Und dann, dann kam nämlich erst der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, ach so, ja, das ist ein Computerspiel. Ah, okay, muss ich mal mit beschäftigen, so. Und erst dann, über diesen Bogen, erst Brettspiel und dann bin ich erst tatsächlich auf das Computerspiel gekommen, nicht umgekehrt. Ah, das ist ja eine lustige Genese dann, wie das quasi dazu gekommen ist. Das ist ja fantastisch. Also umgekehrter Weg. Das passt auch zu den Verkaufszahlen, weil das Spiel ist nämlich bis 2020 zehn Millionen Mal verkauft worden. Und im Jahr 21 im September war es dann schon 15 Millionen Mal insgesamt verkauft. Also das hatte jetzt zuletzt nochmal einen richtigen Boom erlebt. Hatte wahrscheinlich auch mit der Corona-Phase zu tun, wo vielleicht dann hier und da die Menschen da ein bisschen sich erhofft haben, damit ihre Zeit sinnvoll zu verbringen. Und erzähl uns doch mal, was machen wir denn überhaupt in diesem Videospiel? Also bei Stardew Valley, genauso wie beim Brettspiel natürlich, sind wir die Erben eines Bauernhofs. Das heißt, unser Großvater hat uns den Bauernhof vermacht und wir erben quasi ein einzelnes kleines Ställchen, das hat man glaube ich schon von Anfang an, und ein bisschen runtergekommenes Häuschen. Und wir werden halt einfach in dieses Spiel reingeschmissen. Man muss sich vorstellen, es gibt kein großes Tutorial oder so, sondern ich habe einfach in meinem Inventor, Inventory habe ich eine Sense, eine Gießkanne, eine Hacke und eine Axt und dann kann ich loslegen und dann kann ich Sachen craften. Craften heißt, ich laufe in der Gegend rum, schneide mir Gras ab oder hacke Bäume klein, mache Steine klein. Und aus diesen Sachen kann ich neue Sachen bauen. Ich kann mir zum Beispiel einen Stall bauen und da neue Tiere reinsetzen. Und im Endeffekt ist es ein einfaches Farming-Spiel. Das heißt, ich versuche von meinem Großvater, die Farm immer weiter erblühen zu lassen. Das geht aber auch viel einfacher, wenn ich auf die Dorfbewohner zugehe. Denn diese Farm ist in der Nähe von einem Dorf. Und wenn ich mich mit den Leuten im Dorf anfreunde, die sind erstmal sehr abweisend mir gegenüber, aber ich kann denen Geschenke machen, dann nähern die sich mir und dann geben die mir auch Tipps. Außerdem kriege ich jeden Tag Briefe, wo dann drin steht, hey, geh doch mal da und dahin, versuch doch mal das und das. Und so führt dich das Spiel langsam in diese recht große Spielwelt rein. Das ist so ein Spiel, in dem man sich so ein bisschen verlaufen kann, weil man halt, wenn man einfach dieses, man fängt an, irgendwie Sachen zu machen und zu bauen, nach gutem Wissen und Gewissen und man versteht am Anfang noch gar nicht, wie tief oder wie viel in diesem Spiel eigentlich drin steckt. Du erkundest nachher eine Mine, dann kannst du so ein bisschen kämpfen, sage ich jetzt mal. Du hast also so ein Dungeon, da kannst du in die Tiefe gehen und so. Und es gibt ein Community Center und wenn du in diesem Community Center, das ist halt komplett runtergekommen, Räume renovierst, dann kriegst du auch nochmal Boni. Das heißt, es werden neue Landschaften freigeschaltet und, und, und. Das heißt, das heißt dann, pflanze im Frühjahr so und so viel Pastinaken an und bring die zum Community Center und wenn du das geschafft hast, wird vielleicht eine neue Mine frei oder der Bus fährt. Irgendwas wird repariert. Dann gibt es noch die böse Joja. Jetzt lass mich nicht lügen. Doch, Joja Company. Das ist eine große Einkaufskette, die möchte das ganze Tal platt machen und möchte das quasi industrialisieren. Und das ist aber eigentlich nur so ein Nebenprodukt. Ich kann also diese Joja Company, da kann ich in diesen riesengroßen Einkaufsladen reingehen und mir Sachen kaufen. Ich kann aber auch in diesen Dorfladen gehen. Und so ist das halt so ein Gemisch, einfach so ein Wohlfühlspiel, wo ich spielen kann, solange ich will, wie ich will. Mein Charakter levelt sich auf. Das heißt, wenn ich viel Holz hacke, kann ich am nächsten Tag ein ganz kleines bisschen Meerholz hacken und mich da weiterentwickeln in jeder Art und Weise. Oder ich kann irgendwann besser Gemüse pflanzen. Am Anfang muss ich hingehen und jedes meiner Tiere melken. Ich muss Eier einsammeln. Aber irgendwann baue ich mir vielleicht ein Schuppen mit einem Gerät, wo die Sachen selber eingesammelt werden. Dann muss ich nicht mehr jeden Tag hingehen und die Kühe streicheln oder melken. Und so baut sich das halt immer weiter auf. Und du denkst halt so, naja, komm, einmal noch die Kühe streicheln gehen. Okay. Ja, jetzt musst du noch die Eier holen gehen. Du bist aber schon spät. Du wolltest eigentlich noch in die Mine. Und so baut sich da so eine Zeitspirale drauf, wo du einfach nur noch dachtest, naja, das will ich noch gerade machen, das will ich noch gerade machen, das will ich noch gerade machen. Und desto je länger du das Spiel spielst, desto mehr Energie hat dein Charakter. Und irgendwann spielst du einen Tag. Du denkst, ich spiele heute nur einen Tag, einen Tag. Und dann sind aber schon wieder 20 Minuten rum. Und dann denkst du, ja, eigentlich wolltest du noch in die Mine gehen. Das hast du ja jetzt eigentlich gar nicht gemacht. Ach, gehst du noch gerade in die Mine. Und das ist halt im positiven Sinne ein Zeitfresser einfach. Wenn einem langweilig ist, kann man so ganz relaxed durch dieses Sterntautal wandern, ein paar Sachen machen, kleine Abenteuer erleben, mit Leuten quatschen, ein paar Feste erleben. Einfach schön, auch von der Pixelgrafik her. Ja, ich hatte Screenshots gesehen, das sieht tatsächlich sehr schön aus. Es ist halt sehr altmodisch, die Grafik, in dem Sinne, dass es halt Pixel sind. Aber man sieht schon modernere Techniken, die da drauf liegen, oder beziehungsweise Effekte durch gewisse Animationen und so. Und das macht einen sehr, wie soll ich sagen, harmonischen Eindruck einfach. Und das vermittelt so dieses Gefühl, ich habe es halt nicht gespielt, aber es vermittelte mir immer schon das Gefühl, das ist so ein Spiel wirklich, wie das schon gesagt ist, dass man sich wohlfühlen kann. Und ich glaube, der Erfolg, dass halt so viele Menschen das dann auch gekauft haben bis jetzt, zeigt ja auch, dass da irgendwas dran sein muss, dass es sich eben auch über Mund-zu-Mund-Propaganda oder eben durch YouTube-Videos oder Streamer, wie auch immer, verbreitet hat, dass halt immer mehr Menschen das auch mal versucht haben. Das Spiel ist ja 2016 schon erschienen, ist also schon eigentlich echt alt, wenn man das überlegt. Das wird dann eben 2020 und 2021 dann nochmal so ein riesen Verkaufserfolg oben drauf kommen. Entwickelt hat das ja eine Person, nämlich der Eric Barone, der ja auch an dem Brettspiel jetzt mit beteiligt war. Der hat nämlich auch ein Pseudonym und das nennt sich nämlich Concerned Ape. Und unter diesem Pseudonym hat er jetzt auch das Brettspiel veröffentlicht. Und das fand ich schon mal ganz interessant, weil wir hatten jetzt schon des Öfteren viele Umsetzungen von Videospielen, die dann ihren Weg auf den Tisch finden, als analoge Version, als Brettspielversion. Und seltenst, soweit ich weiß, bisher noch gar nicht, weil es dann wirklich dann der Macher des Videospiels daran beteiligt, ernsthaft. Meistens ging es da eher darum, dass dann Lizenzen gekauft wurden von irgendeiner Firma, die gesagt hat, so, wir machen euch jetzt da ein Brettspiel und finanzieren das über Kickstarter, wie auch immer. Also das ist schon mal was Besonderes. Der hat es dann aber jetzt nicht alleine entwickelt, sondern der hatte noch den Cole mit Geros dabei. Es kann gut sein, dass der das Brettspiel erfunden hat und vielleicht an den Verlag herangetreten ist oder an den Macher von Stadio Valley und gesagt hat, hier, ich habe, glaube ich, eine passable Umsetzung gefunden. Was haltet ihr davon? Und dann haben die vielleicht gesagt, es ist jetzt eine Mutmaßung, da weiß ich nichts von. Ja, wir setzen das jetzt um gemeinsam. Und anscheinend ist es dann ja auch ein großer Erfolg gewesen schon mal. Wenn jetzt in Amerika es direkt ausverkauft war, denke ich, das war schon mit einer entsprechend großen Auflage. Und ich habe jetzt heute nochmal geschaut. Das Spiel war bis vor kurzem jetzt zum Beispiel auf der Fantasy-Welt im Verkauf und jetzt ist es im Moment wieder gar nicht mal mehr im Shop. Also erst mal wieder abverkauft. In der Spieleoffensive ist es noch zu bekommen und kostet knapp über 50 Euro. Das Spiel selber richtet sich an ein bis vier Personen ab 13 Jahren, also das Brettspiel, und bietet laut Verlag eine Spielzeit von 45 bis 200 Minuten. So, jetzt ist natürlich die große Frage, schafft es denn wirklich jetzt dieses, wenn du jetzt gerade gesagt hast, so eine riesige Welt, eine Welt, wo man sich richtig drin verlieren kann. Wie passt das denn jetzt auf ein kleines, selbst wenn das Spielbrett größer ist, wie passt es denn drauf, so eine riesige Computer-Videospiele-Welt mit ihren unglaublichen Möglichkeiten darzustellen? Ja, überraschend gut, muss man sagen. Dazu muss man dann aber auch sagen, dass wir hier einen recht hohen Komplexitätsgrad haben, aber diese Komplexität kommt einfach nur aus dieser Fülle an Optionen, die dir zur Verfügung stehen, aber keine dieser Geschichten ist kompliziert. Also du hast immer mehr oder weniger kleine Minispiele oder Mini-Mechaniken, sage ich mal, die alle zusammen dieses eine große Brettspiel ergeben. Und diese Mechaniken sind immer entnommen den Haupttätigkeitsfeldern des Brettspiels, sage ich jetzt mal so. Das heißt, du hast natürlich einmal deinen Bauernhof. Was mache ich am Bauernhof, um Geld zu verdienen? Ich pflanze Gemüse. Das funktioniert ganz einfach, indem ich Gemüseplättchen hinlege auf dem Feld und wenn ich die gieße, rutschen die eins nach rechts. Wenn die irgendwann über diese Leiste rüberrutschen, kann ich die in mein Inventar tun und am Ende der Runde meistens verkaufen. Das ist zum Beispiel eine Sache, wie ich Geld verdienen kann. Ich kann in der Gegend rumlaufen und das ist ja auch bei Stardew Valley so eine tolle Sache. Du sammelst einfach Sachen ein. Du läufst einfach von A nach B und gucken so drei Würmchen aus dem Boden. Die zappeln so ein bisschen und wenn du eine Spitzhacke dabei hast, kannst du die aushacken und dann findest du ein Buch. Das wird dann in die Bibliothek gelegt oder du findest Artefakte oder irgendwelche Edelsteine. Und wenn du die dann ins Museum bringst, dann kriegst du auch irgendwelche Vorteile. Und genauso ist das hier auch im Brettspiel. Ich habe also auch ein Museum. Ich kann in der Gegend rumlaufen. Dann darf ich zwei Plättchen umdrehen, wenn da irgendwas Cooles drunter ist. Eine von den beiden Sachen darf ich immer mitnehmen. Und kann die ins Museum bringen. Krieg dafür Herzen. Mit den Herzen kann ich wieder Sachen machen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt, damit sich die Zuhörerinnen da vielleicht auch ein Bild machen können. Auf dem Spielbrett sieht man ja so eine Karte mit Wegen, mit verschiedenen Orten. Ist das dann im Prinzip die Farm? Oder ist das jetzt dieses Hauptspielbrett, die Landschaft, in der man rumgehen kann, wo man vielleicht dann auch Interaktionen machen kann mit anderen NPCs, in Anführungsstrichen. Wie kann man sich das vorstellen? Okay. Bei Stado Valley hat man ja diese große Map. Und diese, der Spielplan spiegelt quasi die komplette Map, also die komplette Spielwelt von Stado Valley wieder. Nur oben links in der Ecke ist halt groß rangesoomt der Bauernhof von uns. Das bedeutet, wir reisen also in der Gegend rum und können Sachen tun an den verschiedenen Orten. Dazu gehört dann auch Angeln, wo ich im Endeffekt, das ist halt auch eine Sache, die man machen kann, im Endeffekt liegen da Fische aus, die haben Symbole. Ich habe tolle Custom Dice mit Herzen und Äpfeln und Blumen drauf. Die Fische haben das auch. Ich würfel die Würfel. Wenn ich eine Blume werfe, kriege ich vielleicht einen Fisch, der da liegt, wenn nicht, dann nicht. Also es ist so ein bisschen Glücksspiel, es ist halt nichts Kompliziertes. Ich kann ins Dorf gehen, dort kann ich Freunde machen, make a friend, indem ich denen Geschenke gebe. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas geerntet habe oder ich habe ein Artefakt gefunden oder ich habe sonst irgendwie was, dann kann ich in dieses Dorf gehen und den Leuten da sowas schenken. Und wenn die Leute bei mir, dann kommen meine Freunde zu mir, wenn die mein Geschenk haben wollen, weil es gibt auch Sachen, die wollen die überhaupt gar nicht. Und dann liegen die bei mir und jedes Mal am Ende von der Spielrunde kann es sein, dass die mir wieder ein Geschenk machen. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen. Dann kann ich in die Mine gehen und dort verschiedene Sachen machen. Das heißt, ich gehe in die Mine, würfeln, würfel, guck, wo bin ich in der Mine und kann dann dort Aktionen ausführen. Da kann ich dann zum Beispiel Geoden finden. Das ist auch was, was ich in einem Computerspiel machen kann. Ich habe eine Geode, das ist also quasi ein Lavaball oder sowas und in dem Lavaball ist manchmal was drin, manchmal nichts, manchmal aber auch ein Edelstein oder ein Artefakt. Das kann ich auch wieder zu Clint bringen. Und Clint ist, glaube ich, der Schmied und der Clint kann mir die Geoden öffnen und dann kann ich das wieder ins Museum bringen. Das heißt, genauso komplex und groß wie dieses Computerspiel ist auch das Brettspiel. Weil ich habe, glaube ich, 14 verschiedene Felder, wo ich hingehen kann und auf den Feldern kann ich überall was machen. Und irgendwie sind die so ein bisschen miteinander verknüpft. Weil wir haben ja ein Brettspiel. Ein Brettspiel muss ein Ende haben. Das hat übrigens Dardew Valley sozusagen nicht, würde ich fast behaupten, das Computerspiel. Das Brettspiel will ja aber irgendwann zu Ende sein. Wir wollen ja nicht für immer und ewig dann oder 50 Stunden vor dem Brett setzen. Das heißt, was haben sie gemacht? Sie haben einfach gesagt, okay, der Opa, der hat uns vier Aufgaben gegeben und die müssen wir einfach erfüllen. Der sagt zum Beispiel, angel zwei legendäre Fische pro Mitspieler. Ja, und dann hast du schon mal eine Aufgabe. Weißt du, worum der dich kümmern muss? Oder, was ich auch noch nicht gesagt habe, der kann auch sagen, habe mindestens pro Mitspieler zwei Tiere. So, und das ist dann auch wieder so eine Sache. Warum brauche ich überhaupt Holz? Wieso sollte ich überhaupt Steine sammeln, um zum Beispiel eine Scheune zu bauen? Denn nur wenn ich eine Scheune habe, kann ich auch mir wieder ein neues Feld, Hühner oder Schafe oder sowas kaufen. Halt verschiedene Tiere. Wie kann ich mir denn jetzt die Farmen vorstellen? Weil wenn ich jetzt das so sehe, im Videospiel ist es ja, dass man da richtig große Felder hat, mit der Hacke rumrennt, erntet, gießt, Samen ausbringt. Das wird sich jetzt ja in dem Brettspiel wahrscheinlich so in dem Detailgrad nicht darstellen lassen. Jetzt sehe ich aber auch, dass halt links oben diese Ecke ist dann die Farm. Wo ist denn dann der Platz, wo ich dann verschiedene Pflanzen zum Beispiel anbauen kann und so weiter? Wo wird das denn nachgehalten? Du hast ein super cooles Tray sozusagen, wo du alle verschiedenen Pflanzen, die du haben kannst, denn jetzt kommt auch die Liebe zu dem Brettspiel wieder raus. Wir können in jeder Jahreszeit, wir spielen über vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, haben wir verschiedene Sachen, die wir pflanzen können. Gemüse und Obst. Und im Frühling können wir zum Beispiel Pastinaken und Erdbeeren und Blumenkohl oder Kartoffeln pflanzen. Die haben einen Wert. Der Wert wird auf eine Leiste gelegt und desto höher der Wert ist, desto weiter kommen die nach links. Und jedes Mal, wenn ich die Sachen gieße, das heißt, ich entscheide mich, eine Aktion zu opfern, zum Gießen, wird alles nach rechts geschoben. Desto weiter links die Sachen liegen, desto mehr sind die nachher wert, wenn ich die ernte. Das heißt, eine Pastinake, die wächst sehr schnell, bringt aber nachher halt nur zwei Geld oder Gold. Ein Blumenkohl, der wächst sehr, sehr langsam, den muss ich also fünfmal gießen, bis der ausgewachsen ist, bringt dann fünf Geld. Jetzt denkt man natürlich, dann mache ich doch einfach immer Blumenkohl. Dann bin ich doch fertig. Allerdings hat das Spiel da auch wieder vorgesorgt. Man muss dann halt gucken, man kann immer jeden Platz nur einmal besetzen. Das heißt, wenn ich einen Blumenkohl gesetzt habe, kann ich nicht einfach nochmal einen Blumenkohl drauf machen. Und jetzt kommt die Sache, dann sagt man, ja, dann gieße ich halt, setze einen Blumenkohl und gieße nochmal. Dann haben sie aber auch wieder gedacht, ja, ja, das wird ja dann jeder so machen. Also hast du so ein Push-Your-Luck-Mechanismus schon da drin, denn manchmal kommt ein Rabe vorbei und der Rabe, der frisst dir unter Umständen das Gemüse weg. Der hat dann eine Farbe der Rabe und der kann dann unter Umständen, die Leiste ist halt rot und grün gefärbt und kann das dann halt unter Umständen dir wegfressen. Das heißt, so ganz einfach ist es nicht. Du musst schon so ein bisschen abschätzen, okay, wie viel Risiko gehe ich jetzt ein? Und um das wieder zu regulieren, gibt es halt super viele Spezialfähigkeiten. Das heißt, ich level meinen Charakter auf. Es gibt super viele Profession-Upgrades. Man muss sagen, das Spiel ist komplett auf Englisch. Ich weiß auch nicht, ob das jemals auf Deutsch kommt, aber ich denke mal, normales Schulenglisch wird meistens reichen, weil es nicht besonders sprachintensiv ist. Aber ein bisschen Englisch sollte man auf jeden Fall können. Auf jeden Fall hat jeder ein komplettes Deck mit Spezialfähigkeiten. Die können dann heißen, wenn du einmal gießt, darfst du die Sachen zwei nach rechts schieben, deine verschiedenen Sachen. Oder wenn du angelst, dann darfst du nochmal neu würfeln oder so. Und diese Decks sind halt sehr umfangreich, deswegen wird das Spiel auch jedes Mal anders sozusagen. Zu der anderen Sache, wie stelle ich mir das mit den Gebäuden vor? Die Gebäude sind einfach Plättchen, viereckige kleine Plättchen. Da steht drauf, wie viel mich das Gebäude kostet. Zum Beispiel muss ich für den Stall zehn Gold und zwei Holz bezahlen. Mache ich das, kann ich das umdrehen und lege das dann einfach neben das Gebäude oben rechts und habe dann die Möglichkeit, dann darf ich Kühe, Schafe und Ziegen zum Beispiel erstmal kaufen gehen. Weil vorher habe ich gar keine Möglichkeit, die irgendwo unterzubringen. Und so ist das Spiel halt, so führt bei dem Spiel halt eins zum anderen. Das heißt, diese Ziele vom Opa, die sind ja auch jedes Mal anders. Es gibt acht verschiedene und die werden ja gemischt und jedes Mal neu ausgelegt. Das heißt, wie zum Beispiel, ich habe mit meiner Frau jetzt am Sonntag gespielt und da haben wir nicht ein einziges Tier gekauft, weil Opa wollte das einfach nicht. Opa hat nicht von uns verlangt, Tiere zu bauen. Und dann musst du halt dich auch so ein bisschen dann dem Spiel anpassen. Also einfach irgendwas machen, das funktioniert bei dem Spiel definitiv nicht. Ja, jetzt nochmal zurück zu den Fähigkeiten. Ist das dann im Prinzip, die Beschreibung vom Videospiel ist ja, dass es eine Mischung zwischen Simulations- und Rollenspiel sein soll. Und du hast es ja gerade schon gut erklärt, dass du sagtest, wenn man viel Bäume fällt, wird man halt in der Fähigkeit besser. Wie ist das denn jetzt im Brettspiel dargestellt? Dadurch, dass man auch Dinge einfach ausführt, dass man besser wird? Oder muss man durch irgendwelche Aktionspunkte oder wie auch immer sich Fähigkeiten aneignen? Nee, das ist tatsächlich so, dass wenn eine Jahreszeit zu Ende ist, fangen wir mal von vorne an. Jeder hat eine Profession, also was, was er gut kann und kriegt dafür sein Profession-Deck, wo halt diese Fortschritte drin sind, also dieses Deck. Zusätzlich hat man auch noch einen Startgegenstand, den man upgraden kann mit Geld oder mit verschiedenen Sachen, die man in der Mine findet oder so. Und wenn ich so eine Profession habe, kriege ich am Ende von der Jahreszeit, darf ich zwei Karten von meinem Professions-Deck ziehen. Dann suche ich mir davon eine aus und lege die einfach an. Also es ist nicht so, dass du jetzt auch noch dir Gedanken machen musst, okay, wofür gebe ich denn jetzt meine Talentpunkte oder so aus. Also das ist, wie gesagt, das Spiel ist sehr komplex, weil du sehr viele Sachen machen kannst, aber die einzelnen Sachen sind extrem runtergebrochen. Ich würde es so beschreiben, das ist so ein Spiel, womit du Nichtspieler wunderbar überfordern kannst. Und nachher gehen die trotzdem nach Hause und sagen, das war ein schönes Spiel. Hört sich so an. Also viele kleine Entscheidungen, viele kleine Aktionen, die man hier und da ausführen muss, die man dann aber auch natürlich als erfahrener Spieler immer beachten muss, dass man es nicht vergisst wahrscheinlich. Wie ist denn so der Rundenablauf? Gibt es da einen festen Ablauf? Weil im Videospiel hast du jetzt ja gesagt, hat man so alle Optionen frei, man kann alles machen. Wie ist das denn hier beim Videospiel, beim Brettspielen? Auch im Prinzip ganz einfach. Du kannst, du triffst dich am Anfang vom Tag immer an der Farm und dann sagst du oder sprichst dich ab mit bis zu vier Spielern, okay, wer macht jetzt was? Wir sagen, ja, wir müssen Freunde finden, weil wir Herzen brauchen und du hast das und das, du könntest ja ins Museum gehen und schon mal deine Artefakte abgeben und so. Und dann stellt man seine Figuren schon mal an einen Ort. Ein Ort hat meistens mehrere Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nordöstlich bin, kann ich die Mine erkunden, ich kann aber auch ein Gebäude bauen, ich kann aber auch angeln gehen. Aber ich darf an diesem Ort entweder zwei Aktionen machen oder ich mache eine Aktion, bewege mich und mache an einem neuen Ort eine Aktion. Dieses Bewegen ist sehr wichtig, weil gerade durch dieses Bewegen habe ich immer eine freie Erntenaktion, denn überall auf diesem Brett wachsen Pilze, Holz kann man ernten und so und das brauche ich ja auch für viele Sachen, um die zu bauen. Und so ist es wichtig, in der Gegend ein bisschen rumzureisen umzureisen und diese Plättchen aufzudecken, um zu wissen, was es da gibt, um weiterzukommen, um auch Sachen zu bauen. Das Bewegen ist halt, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, weil du vieles halt auch einfach finden kannst. Ja, okay. Dann ist der Weg dahin, also der Weg, Dinge zu bekommen, dann einfacher über dieses Laufen. Ja, also es gibt viele Ziele vom Opa, die alleine dadurch, würde ich schon sagen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, da können wir jetzt mal darauf zu sprechen kommen, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, es gibt ja dieses Community Center und Ziel des Spiels ist es, vier dieser Opas Ziele zu machen und aber auch das komplette Community Center zu renovieren. Jetzt kommt aber die Krux, wir wissen am Anfang überhaupt gar nicht, wie wir dieses Community Center überhaupt renovieren sollen. Wir wissen also nicht, was müssen wir denn da hinschleppen überhaupt, um die Räume zu renovieren. Dafür müssen wir wieder Freunde finden oder Sachen ins Museum bringen oder so, um Herzen zu generieren und mit diesen Herzen kann ich Karten aufdecken, um zu sehen, okay, was will das Community Center von mir. Da steht dann zum Beispiel, bring mir zwei Milch oder so. Milch ist auch so eine Sache, wenn ich Tiere habe, dann kann ich eine Tiere, ja Tiere ernten, ist ja auch falsch, wie sagt man denn dann? Keine Ahnung, von den Tieren dann halt Milch oder Eier holen. Dafür würfel ich auch einfach drei Würfel und wenn das Tier gewürfelt wird, was ich habe, produziert das. Ganz einfach, dann kriege ich wieder aus diesem Tray ein kleines Ei vor mich gelegt. Ich kann auch Herzen an dieses Huhn oder was auch immer abgeben, dann ist das glücklicher und produziert größere Eier. Das Spiel ist so liebenswert von Anfang bis Ende. Das ist echt wundervoll. Einfach nur. Ist genauso halt wie das Computerspiel. Da kannst du auch keine Aggressionen aufbauen. Das geht überhaupt gar nicht. Selbst wenn irgendwie, wenn du denkst, oh nee, jetzt, wenn das jetzt nicht funktioniert und dann funktioniert es nicht und dann denkst du, naja, probieren wir in der nächsten Runde halt nochmal. Also hat man auch keinen Zeitdruck. Man hat halt wirklich die Aufgaben und muss die erledigen, egal wann oder? Weil die Spielzeit mit bis zu 200 Minuten ist natürlich schon sehr lang angegeben und ich weiß natürlich nicht, ob das überhaupt realistisch ist. Was realistisch ist, definitiv geprüft und abgecheckt, ist eine Stunde pro Spieler und die musst du auch rechnen. Allerdings gibt es auch in der Anleitung offiziell Regeln und Anpassungen, wie du das einfach reduzieren kannst. Du kannst zum Beispiel, also du hast ein Jahr lang Zeit, das heißt, ein Jahr sind dann 16 Spielrunden und in den 16 Spielrunden musst du das irgendwie schaffen. Jetzt kannst du ja aber einfach sagen, du machst nur drei von den Community-Center-Räumen anstatt sechs und zwei Opas Ziele und spielst dann halt nur acht Karten. Also acht Karten. Und dann hast du noch die Möglichkeit, das habe ich mit meiner Frau jetzt letztens gemacht, dieses Season-Deck nennt sich das, wo dann immer am Ende von einer Runde zufällige, am Anfang von einer Runde zufällige Ereignisse kommen. Das kannst du dir beliebig zusammenstellen. In einem Computerspiel hast du auch so Feste, dann wirst du zu einem Fest eingeladen, dann gibt es zum Beispiel, da kommen einmal im Jahr leuchtende Quallen an den Strand und dann gibt es ein großes Fest und so und dafür gibt es halt auch Karten in diesem Spiel und die kannst du halt auch einmischen. Dann ist halt nicht der normale Standardablauf, sondern es ist dieses Fest und dann kriegst du halt einen Vorteil oder so und wenn dir das Spiel zu schwer ist oder so, stellst du dir einfach ein komplettes Wohlfühl-Deck zusammen. Ich habe mit meiner Frau am Sonntag gespielt, nicht zufällig, sondern ich habe mir ein cooles Deck zusammengestellt, wir hatten keine Raben, wir konnten einfach ernten, wir konnten völlig relaxed da durchgehen und es macht halt trotzdem einfach Spaß, weil es ist trotzdem kein Selbstläufer, auch wenn wir mit dem Spiel viel zu früh fertig waren im Endeffekt. Ich glaube, wir hätten noch drei, drei komplette Runden Zeit gehabt, aber es macht trotzdem Spaß. Man muss halt sich trotzdem absprechen, man kann nicht einfach irgendwas machen, sonst funktioniert es halt nicht. Wenn es jetzt ein kooperatives Spiel ist, es ist kooperativ, ja, dann ist ja die Frage, gibt es denn da auch dann irgendwie die Gefahr wieder, die halt andere Spiele dieser Sorte haben, dass es dann einen Hauptspieler gibt, der den anderen diktiert oder die immer überzeugen will, so und so solltest du das jetzt machen? Ist das bei dem Spiel auch oder gibt es irgendetwas, was das ein bisschen abfedern kann? Was das ein bisschen tatsächlich abfedern kann, sind diese Professions und die Startgegenstände, weil, du musst dir vorstellen, am Anfang habe ich einfach so eine billige, blöde Gießkanne und die kann ich aber upgraden in der Zeit irgendwann und dann ist die halt auch, dann kann die meine Früchte, die ich gepflanzt habe, schneller nach rechts schieben, dass ich die schneller ernten kann. Und der eigene Spielstil und dieses Startwerkzeug und die Profession, die diktiert mehr, würde ich sagen, deinen Spielstil wie die Mitspieler, weil du entscheidest dich am Anfang vom Spiel, will ich eher für den Bauernhof da sein und habe halt diese Farming-Profession, dass ich sowieso, dass das von Anfang an klar ist, ich kümmere mich stark um den Bauernhof, dann habe ich vielleicht noch die Gießkanne dazu, dann ist es sowieso klar, dass ich mehr am Bauernhof arbeite und die anderen was anderes machen. Also da wird keiner sagen, ja geh du aber jetzt mal lieber angeln mit deiner Gießkanne. Dann sagst du, nee, ich habe eine Gießkanne, ich gehe hier mal gießen. und ich glaube, alleine das nimmt schon viel von diesem Vordiktieren raus, diese Professions einfach. Okay, hat sich nach einem guten Plan an. Das heißt aber auch, dass ja jedes Mal in jeder Partie, wenn man unterschiedliche Professions dann hat, der Spielstil sich auch für einen individuell verändert und dass man immer andere Dinge hat, die man häufiger mal machen kann oder sollte. Ja, genau. Ja, der Vorteil ist halt auch, dass du diese Profession Decks und die Starter-Gegenstände auch mixen kannst. Das heißt, du kannst, was wir gemacht haben zum Beispiel, ich habe mir die Pickaxe geholt, die, wie heißt es auf Deutsch, die Spitzhacke, ich habe mir die Spitzhacke geholt, um die abzugraden, weil wir mussten in der Mine relativ weit kommen, weil wir eine Aufgabe vom Opa hatten, so und so viele Artefakte zu finden und die ins Museum zu bringen und habe mir gleichzeitig dann die Profession Foraging geholt, wo ich auf dem Bauernhof gut arbeiten konnte, eher Herzen generieren konnte. Meine Frau hat dann geangelt, das war eigentlich von vornherein klar, sie holt sich die Profession, oder hatte die Angel und hatte irgendwie noch dieses Foraging, das heißt, wenn du von A nach B läufst, kannst du ja diese Teile aufheben und dann kriegst du halt auch Vorteile und so da dafür, weil Herzen sind so ein geringes Gut und bei diesem Foraging ist zum Beispiel dann, dabei, wenn du ein Holz ausgibst, kriegst du dafür ein Herz. So Sachen stehen dann halt da drauf. Und dadurch ist dieser Spielstil, den machst du dir halt selber. Wenn du zu viert spielst, kannst du natürlich auch wild mixen, aber jeder hat seine Profession und dann ist eigentlich klar, okay, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann gehst du in die Mine und ich gehe fischen, halt so. Und diese Fähigkeiten, wählt man die sich aus, nachdem man weiß, welche Aufgaben man gestellt bekommt vom Spielen, also durch den Opa? Ja, also das steht auch da, glaube ich, in der Anleitung drin. Ich wüsste aber auch nicht, warum man es nicht machen sollte. Macht einfach nur Sinn, wenn man weiß, was der Opa von einem will. Dann weiß ich natürlich immer noch nicht, also ich sage mal, das Community Center, da weiß man nicht genau, was gefordert ist, aber du weißt ganz genau, zum Beispiel im Fischtank, klar, da muss ich Fischereien haben, im Vault kommt immer Geld rein und so. Die Frage ist halt nur, du weißt nie, wie viel und was genau. Das ist halt die Frage, aber dadurch hast du halt auch immer wieder die Abwechslung, um auf andere Sachen zu gehen und das Spiel nicht immer so nach dem Motto, so wir wissen jetzt, wie wir das machen und dann kriegen wir das. Jetzt überlege ich noch, wenn das Spiel 16 Runden hat und man spielt das zu zweit, dann hat man ja nur die Hälfte der Aktionen im Prinzip, als wenn man es zu viert spielen würde, wenn es ja ein kooperatives Spiel ist. Wie fängt das denn das Spiel ab? Dadurch, dass du alles erreichen musst, mal Spieleranzahl. Ah, okay. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel im Community Center Eier hingebracht werden müssen, dann sind das immer zwei Eier pro Spieler. Das heißt, darum kannst du es auch gut alleine spielen. Wenn du alleine spielst, musst du halt nur zwei Eier reinbringen, wenn du zu viert spielst, halt acht. Und das ganze Spiel levelt sich komplett so. Das heißt also, wenn man Solo spielt, dann kann man tatsächlich auch nur mit einem Charakter spielen und braucht jetzt nicht mehrere gleichzeitig zu steuern oder so. Genau, genau. Auch elegant. Ja, was gibt es denn sonst noch zu sagen zu dem Spiel, was du noch für besonders wichtig hältst? Ist denn so dieser Simulationsfaktor des Videospiels hier dann auch so wirklich vom Gefühl her umgesetzt? Oder ist das ein Spiel, was das Thema aufgreift, aber eben schon noch für andere Gefühle sorgt? Ja, ich würde behaupten, also das ist direkt von vornherein erstmal ein Wohlfühlspiel. Das muss man sagen. Also ich habe selten ein Spiel erlebt, wo weniger Aggressionen am Tisch sind. Und da schließe ich auch kooperative Titel komplett mit ein. Also wir hatten auch schon kooperative Titel, wo du halt, wie du eben sagtest, da wollte einer sagen, ja mach doch dat. Und der andere hat gesagt, nee, mach doch dat. Und dann gibt es ja auch manchmal diese Situation, wo sich das so ein bisschen aufbaut, so die Spannung unter den Spielern, weil man sich halt einfach nicht einig wird. und hier bei dem Spiel ist es halt ein kooperatives Spiel und auch mit der Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, du hast halt so ein bisschen deinen Weg, wo dir das Spiel schon sagt, das machst du heute, das ist so dein Ding und dadurch können alle gut miteinander arbeiten und überhaupt fängt das, also das Brettspiel fängt halt das Thema von dem Computerspiel zu 100 Prozent ein. Also wirklich, das ist, ich habe auch noch mal so gelesen, haben sie gefragt, ja wie sieht es denn mit Erweiterungen aus, halt, ne? Und da hat dann der Entwickler auch gesagt, ja, aber was willst du denn da noch erweitern, halt, ne? Wir haben wirklich alles reingepackt, was einzupacken ist, ne? Und das ist auch tatsächlich so. Also ich habe das ja jetzt nur angerissen. Du musst dir vorstellen, das Spiel ist, also da steckt erst einmal 300 Prozent Liebe drin, ja? Das bedeutet, du hast zum Beispiel dieses Museum, wo du die Edelsteine oder Artefakte hinbringen kannst. Jetzt könnte man natürlich hingehen und einfach Artefaktplättchen machen und legt die dann da hin. Aber da ist ein ganzer Beutel dabei mit was weiß ich nicht wie vielen Artefakten und die sind alle verschieden. Und das Einzige, was die aufgedruckt haben, ist ein Buchstabe, das heißt das Museum, das will A, B, C, D, Artefakte beispielsweise haben und ich kann halt nicht zwei A-Artefakte da reinbringen. Aber du musst dir vorstellen, auch die Fische, da ist kein einziger gleicher Fisch dabei. Du hast eine ganze Hand voll mit Fischen und das ist, also die Optik von den Fischen ist ja nicht spielrelevant, ne? Aber du hast alleine dadurch ein Gefühl, weil alles ist so einzeln aufgebaut. Diese ganzen Karten, diese Minen-Events, die es da noch gibt, Items, alles was es gibt, ist nur einmal da und aber zuhauf halt, ne? Und da merkst du halt einfach diese Liebe, die auch in dieses Artwork reingesteckt wird, dass sie nicht fünf Forellen und fünf Lachse und die sehen alle gleich aus und so, aber die haben vielleicht unten andere, weiß ich nicht, andere Symbole, um die zu angeln, aber sonst sind die gleich, nö. Alles ist komplett einzeln verpackt. Dieses Villager-Deck, da ist halt jeder Dorfbewohner aus dem Computerspiel ist auch in diesem Villager-Deck drin, den du kennenlernen kannst und so. Alleine diese Liebe, die merkst du halt einfach, ne? Das ist, ja, das ist, glaube ich, das, dieses, also ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein Wohlfühlspiel gespielt habe. Wirklich nicht. Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr reizvoll an. Nochmal bezogen auf die Spielzeit, es hört sich jetzt ja so an, dass man da wirklich eigentlich wenig machen muss. Also im Prinzip, man ist jetzt am Ort A, muss zum Beispiel einmal würfeln, guckt, was man bekommt, geht zu Ort B, unterwegs sammelt man noch was ein und würfelt vielleicht am Ort B nochmal oder kauft sich was oder was auch immer. Aber es hört sich ja erstmal nach kurzen, kleinen, schnellen Entscheidungen und Aktionen an. Woher kommt denn dann diese Spielzeit von einer Stunde, was ja eigentlich eher so die Experten-Kracherspiele schon bieten? Ich glaube einfach an der Fülle von den Sachen, wo du sagen musst, was machen wir als nächstes, um das zu erreichen? Denn das ist ja so ein bisschen dieser aufbauende Charakter. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, pass auf, das ist das, was wir brauchen und jetzt arbeiten wir da dran. Du hast genau vier Sachen von zehn, die du weißt, was du genau machen musst. Und auf den Rest musst du erstmal hinarbeiten. Und dann musst du halt ein paar verschiedene Sachen machen. Du musst zum Beispiel was anpflanzen, du musst schon mal einen Fisch angeln, du musst vielleicht mal an die Mine gehen, damit du irgendwas hast. Und damit gehst du dann wieder in das Community-Center, nicht in das Community-Center, in das Make-A-Friend, in die Kneipe von Gas, genau, in die Kneipe von Gas und versuchst da halt jemanden kennenzulernen mit den Sachen. Dann gibt es dir wieder Herzen. Wenn du ein paar Herzen hast, kannst du wieder eine Karte im Community-Center aufdecken. Und dieser Kreislauf, der da entsteht, der muss halt abgesprochen werden unter den Spielern. Und wenn du einfach direkt den Überblick hättest und sagen konntest, okay, pass mal auf, wir brauchen ganz genau das, das, das und das, dann würde jeder innerhalb von einer Minute seine vier, oder seine Männchen, jeder setzt sein Männchen, macht seine zwei Sachen, die wirklich dann im Sekundenbruchteil gemacht sind manchmal, wie so ein Fisch angeln, das einmal würfeln unter Umständen, dann ist klar, ob du es hast oder nicht. Aber dadurch, dass halt so viel zu tun ist, ganz einfach, musst du halt trotzdem so ein bisschen dich absprechen, wer macht jetzt halt was. Und das ist halt was, diese Kommunikation. Und dadurch, dass du nicht sagst, so, ich gehe jetzt an Punkt B und dann erschieße ich da die Einheiten, wie das bei anderen Teilen bei Dungeon Crawlern ist und wenn das nicht passt, sondern hier hast du halt einfach, ja, ich gieße dann hier unsere Pastinaken. Und das ist halt so ein ganz anderes Spielgefühl, wenn du dich darüber unterhältst einfach. Und ich glaube, das macht man dann einfach gerne. Das ist halt so ein Gefühl, weißt du, ich kann das gar nicht so richtig. Ja, ich kann es nachvollziehen. Du meinst einfach, dass dieses Setting, weil es eben immer um friedliche Dinge, um schöne Dinge, um etwas zu erschaffen geht, etwas gemeinsam schaffen geht, dass man deswegen einfach dann wesentlich friedlicher und harmonischer wahrscheinlich dann agiert, als wenn man jetzt drüber spricht, wer haut jetzt Monster ab platt und wer nimmt B und wer sammelt noch den Trank ein oder so. Das ist natürlich eine ganz andere Ausrichtung. Ja, okay. Ja, es hört sich jetzt schon mal natürlich sehr gut an. Man hört natürlich aus deinen Erklärungen auch schon eine klare Tendenz, wie du das Spiel findest. Aber magst du denn jetzt nochmal vielleicht zusammenfassen, weswegen du dieses Spiel so ganz besonders magst und für wen du glaubst, dass das Spiel etwas sein sollte? Also das Spiel ist was für viel Spieler. Ich würde das jedem englischsprachigen Menschen oder jemanden, der halbwegs gut Englisch kann, ich bin da jetzt auch nicht der Profi, kann ich ans Herz legen, tatsächlich. Es ist aber so, dass man alleine, es ist halt nicht so einfach, das auf den Tisch zu bringen. Erstens mal habe ich ein riesen Board, ich habe super viel auszulegen und selbst ich habe es jetzt schon einige Male aufgebaut und brauche immer noch ungefähr eine Viertelstunde, nur um das auf den Tisch zu bringen. Da bist du ja mit manchen Spielen schon durch, in Anführungszeichen, wenn du weißt, was ich meine. Und darum ist es eher ein Spiel für viel Spieler. Wer allerdings Lust und Zeit dafür hat, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, denn es ist auch ein abendfüllendes Spiel. Abendfüllend auf jeden Fall, wenn du es mit vier Leuten spielst, kannst du sagen, unsere Erstpartie hat über vier Stunden gedauert. Und trotzdem sind die Leute nach Hause gegangen und haben dann gesagt, das war echt ein gutes Spiel. Und das habe ich aus dem Mund gehört, wo jemand sonst immer sagt, wie hat dir das Spiel gefallen? Das ist dann immer so ein, ja, ja. Und hier war dann halt wirklich nochmal, wo danach gehackt wurde, so können wir nochmal spielen und war cool. Und das sagt für mich eigentlich schon viel aus, weil das auch aus dem Mund kommt von jemandem, der kein Fieldspieler ist oder jemand, der das halt nicht besonders oder der nicht selbstständig spielt. Ich würde es auf jeden Fall niemandem empfehlen, der nicht ständig und viel Brettspiele spielt. Aber die, die das tun und die ein friedliches Thema haben wollen, was glückslastig ist, ganz klar, muss man sagen, ein bisschen Glück ist immer dabei. Allerdings schafft es, das Spiel das zu tarieren, eigentlich dadurch, durch die Sonderfähigkeiten und so hast du immer irgendwie eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und ich finde es halt super klasse. Alleine die Optik, die spricht mich total an und ja, ich persönlich liebe das, kann aber das aber nicht uneingeschränkt jedem empfehlen. Du musst die Zeit und die Lust dafür mitbringen, einfach. Ja, dann, das hört sich doch wirklich spannend an. Ich muss mal überlegen, ob ich es mir auch mal angucken werde. Im Moment ist es halt, wie gesagt, im Handel erhältlich. Kann sich natürlich wieder schnell ändern. Ist ja wie immer so, wenn eine Auflage vergriffen ist, dann dauert es erstmal wieder einige Wochen bis Monate, bis der Nachschub in den Regalen steht. Ja, da habe ich eben schon drüber nachgedacht. Das ist die Krux von einem Brettspiel. Du hast ja eben gesagt, 15 Millionen verkaufte Exemplare. Das ist halt der Vorteil von einem digitalen Content, der kann dir nicht ausgehen. Ja, genau. Der ist immer unendlich da, solange die Shops das Spiel listen, ist es immer da. Und ja, es hat halt, der Vorteil ist auch von Stardew Valley, da es eine sehr einfache Grafik hat, ließ es sich halt dann auch auf wirklich allen Plattformen realisieren. Und ich habe gelesen, dass halt auch viele Personen das Spiel unter Umständen auch zweifach oder dreifach gekauft haben, also zum Beispiel am heimischen PC spielen und dann unterwegs ihr Spiel dann weiterspielen wollen mit einem Tablet oder mit einer Switch zum Beispiel. Und das bietet das Spiel dann natürlich dann als digitale Version. und das ist natürlich auch ein Vorteil, was jetzt ein Brettspiel halt so nicht hat. Dafür hat das Brettspiel halt den Vorteil, dass man mit vier Personen am Tisch sitzt und gemeinsam spielen kann. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man, behaupte ich zumindest, als wenn man jetzt online irgendwie mit Leuten zusammenspielt. Dabei weiß ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt geht. Wahrscheinlich schon, aber das hat halt, glaube ich, nicht die Qualität, jetzt das Zwischenmenschliche wie ein Brettspiel. Deswegen vielleicht auch, falls jemand dabei ist jetzt von den Zuhörenden, der das Videospiel kennt und deswegen hier auf diesen Podcast gestoßen ist. Also gerne auch mal das Brettspiel ausprobieren, vielleicht mal in der Realität mit ein paar Freunden das Spiel auf den Tisch bringen. Dann danke ich dir auf jeden Fall, Thomas, für die ausführliche Erklärung. Gerne. Ja, und ich denke mal, jetzt sind wenig Fragen offen geblieben. Falls doch noch irgendwelche Fragen da sind, dann lade ich euch herzlich ein, besucht mal unseren Discord-Server und fragt dort gerne im Podcast-Bereich nach, falls ihr noch irgendwas über das Spiel wissen wollt, eine Detailfrage habt oder so. Der Thomas ist auch mal regelmäßig da. Ich auch. Ich kann die Frage zwar nicht dann beantworten, aber wenigstens schon mal weiterleiten an Personen, die das können. Und außerdem weiß ich auch, dass in unserer Redaktion der eine oder andere Fan noch sitzt, der heute auch eigentlich gerne dabei gewesen wäre, aber das einfach aus Zeitgründen jetzt heute nicht dabei sein konnte. Also es wird sich auf jeden Fall jemand finden, der dort Fragen kompetent beantworten kann. Ansonsten, falls euch das heute hier gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da bei Spotify oder Apple oder wo ihr uns sonst bewerten könnt. Und ansonsten, habt eine gute Zeit. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.